Ich muss jetzt mal die Garnate wiederkommen Ah, die ging sofort wieder auf Ich muss jetzt mal einen Kopfschuss geben, wenn ich sie da auch noch gefallen wäre Boah, wie viel ist das? Boah, mein Herr ist das wie eine Beutelratte Ratte, Beutelratte Boah, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Okay Ich muss jetzt mal die perfekten Scheiß-Nadeln mal effektiv Äh, fort Ich glaube, es ist Shadow, aber Nee, hm Shadow Nee, willkommen Was war in der G-Tams? Ich weiß was, ich f*** das Ich mach's auf der alten Methode Was war denn der G-Tams? 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 Wie hast du das? Was war denn das? Ey, was soll' der Scheiß? Er hat einmal den G-Tams verschluckt Dieser verfickte Horensohn Ey, sori F*** dis doch mal! F*** dis! Boah, drei Engel G-Tams weg für den Ich glaube, Needle war aber effektiv irgendwie. Egal. Needle hat schon mal vorne ist abgezogen eigentlich. War schnell. Egal, egal, egal. Okay. Oh. Ich hatte aber einmal getrefft, oder? Ja, ey, fängt das. Okay. Hm. Oh, was kommt jetzt einer? Für jetzt einer. Jetzt für einer. Okay. Ah, Feuer. Kann irgendwas Wassermäßiges hier? Nee, nein. Hm, also, nehme ich mal. Hm. Tornado. Okay. Okay, das hilft, Tornado. Aber so mit Pfeil, leben und dann mit Konzentration. So. Kein Ding, elf Leben noch. Oh, ich hab doch alles offen. So. Lohnt es, eher nicht. Also, jetzt muss ich mal, als Blumen mal in Krenschlucken. Niederländen Hm... Ich hoffe, wir haben ein ganz ruhiges Geschirr angeht. Oh, schade. Ja, klar. Hm... Nehmen wir denn nur... Boah... Boah... Ja... Hm... Ah, klar... Denn das wurde nicht der Teufel gebrochen. Boah... Sorry... Okay... Ein Engelgeting geht leider vor vor. Danke... Jed... Ich muss ein Engelgeting benutzen wieder. Gerade bekommen wir die Einsätze. Aber die Level sind ja so scheiße, ich freue mich auf Dr. Wilde. So... Okay... Oh... Ah... Ah... Okay... 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 Das ist machbar... Okay... Okay... Äh... Geht hin... Zu meiner Siedel... Wie aber... Egal... Wird das hier auch noch schaffen? Ne... Okay... Ja... Äh... Äh... Ich hätte ihn glaube es... Gepackte Ereignis... Wenn es volles Leben hätte... ... Keine... Die... Und... ... So... So... Hooo... Fats... Das war's. Das war's. Nein, das ist so gut. Okay, das ist so gut. Fuck. Ja. Nein, das ist so gut. Okay, das habe ich Angst. Oh nein, das habe ich Angst. Starbuck Springer, oh nein. Oh, ich habe verschluckt. Boah! Nein! Mieterabes, nein! Fuck. Okay. Okay, warte mal Schade, Mann Nein Nein, 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 oh, scheiße Fick this Eh, nee Okay, so Das ist so verkackt Was ist das? Verkackt Das hört sich jetzt wie ich sterbe Um Ehm... Lerb Ich sag mir nichts, ich kann das Level nicht mehr weiterführen Denn... Ich kann nicht mehr weiterführen Verkacktes Meertool Jetzt hat man jetzt ein Leben weggenommen Das war ein Elfleben Das war ein Elfleben Nee, nee Leute Nee Das ist das Roman Das ist nicht mehr Roman Das ist nicht mehr Roman Ich nehme Schluck Das ist nicht mehr Roman Nee Wo bleibt da die Gerechtigkeit in diesem Game Wegen einem verkackten Meertool Und was haben die Scheißentwicklers jetzt gedacht? Kann man nicht wenigstens Die Aufladehalle neu respawnen Was soll das Scheiß? Nee Femacher Und das ist ein Abschluss Ich kann nieこと Wir haben Wir haben